Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin, das insbesondere in pflanzlichen Ölen enthalten ist, in Nüssen, in Ölsamen. Wer eine gesunde Ernährung hat mit Nüssen, mit kaltgepressten Ölen, der wird typischerweise genügend Vitamin E haben. Was ist Vitamin E? Vitamin E ist letztlich ein Sammelbegriff für verschiedene fettlösliche Substanzen, die antioxidative Wirkungen haben oder zum Teil auch nicht antioxidative Wirkungen. Vitamin E wird auch als Tozopherol oder auch Tozotrienol bezeichnet, beziehungsweise Tozopherole und Tokotrienole gehören zu den Vitamin E Bestandteilen. Vitamin E ist insbesondere Bestandteil von Membranen der Zellen, sowohl bei Tieren als auch bei Pflanzen. Manchmal wird Vitamin E auch einfach bezeichnet als Alpha-Tocopherol. Das ist dann die besterforschte Form von Vitamin E. Vitamin E wurde mal als Fruchtbarkeitsvitamin bezeichnet. Es gab nämlich einen Forscher namens Evans und auch zusammen mit Bischop haben diese festgestellt, dass Vitamin E notwendig ist, damit die Ratten sich reproduzieren können. Vitamin E ist insbesondere enthalten in pflanzlichen Ölen. Vorkommen von Vitamin E Vitamin E ist zum Beispiel im Sanddormfruchtfleischöl enthalten oder auch im Sonnenblumenöl, im roten Palmöl, in Olivenöl. Aber Vitamin E gibt es auch im Weizenkorn. Vitamin E gibt es auch in den verschiedenen Nüssen. Also zum Beispiel Haselnüsse und so weiter hat genügend Vitamin E. Vitamin E ist relativ beständig gegen Hitze. Das heißt, auch Öle, die etwas erhitzt werden, haben immer noch etwas Vitamin E. Bedarf an Vitamin E. Man spricht manchmal dazu, dass man etwa 4 Milligramm... Moment, jetzt bin ich gerade etwas verwirrt hier. Vitamin E sollten 14 Milligramm pro Tag zu sich nehmen. Als Mann bzw. Frauen 12 Milligramm pro Tag. Und das ist relativ einfach zu gewährleisten. Vitamin E-Mangel könnte führen zu trockener, faltiger Haut. Das ist ein Grund, weshalb gerne gesagt wird, man muss Vitamin E zu sich nehmen, wenn man Hautprobleme hat. Vitamin E kann auch zu Konzentrationsstörungen führen, Leistungsschwäche, Müdigkeit und Reizbarkeit. Vitamin E kann dazu führen, dass Wunden schlecht heilen und das Atherosklerose-Risiko steigt. Auch sogenannte Dystrophie wird in Zusammenhang gebracht mit der sogenannten Hypovitaminose von Vitamin E. Eine Weile wurde gesagt, dass Vitamin E ein Antioxidantien wäre und so wurde zum Beispiel empfohlen, dass man A, C und E zu sich nehmen soll, um auf diese Weise einem Vitamin E-Mangel vorzubeugen bzw. um allgemein gesund zu sein. Heute weiß man aber, dass zusätzliche Gabe von E-Vitamine eigentlich nichts bringt, außer die entsprechenden Herstellerfirmen reich zu machen. Man weiß heute sogar, dass Überdosierungen von Vitamin E eine erhöhte Sterblichkeit bringen. Also man sollte nicht zu viel Vitamin E zu sich nehmen. Es wird manchmal gesagt, man sollte nicht mehr als 300 Milligramm Vitamin E zunehmen, was allerdings schon recht viel ist, denn letztlich sollte man 14 Milligramm pro Tag zu sich nehmen. Man darf bis zur 20-fachen Menge zu sich nehmen. Alles, was drüber ist, ist eben ungesund, insbesondere langfristig. Ja, man kann also sagen, die großen Hoffnungen, die sich mal an Vitamin E, die sich plötzlich für A, C und E hatten, man hat mal gedacht, man hat die übergreifende Theorie von den Antioxidantien bzw. freien Radikalen gefunden, hat gedacht, viele Erkrankungen kann man eben heilen durch Gabe von A, C und E-Vitaminen. Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, auch wenn sie weiter in der Komplementärmedizin und in den Werbebroschüren von Nahrungsergänzungsfirmen zirkulieren. Also isst einfach gesund, dann hast du genügend Vitamin E. Manchmal wird Vitamin E auch auf verschiedene Cremes aufgetragen und so denkt man, dass wenn man Vitamin E in Cremes und Kosmetikprodukten verwendet, dass das gut sei für die Haut. Es gibt meines Wissens aber dafür keine wirklichen Belege. Also meistens gesunde Ernährung ist gut. Bei allen Vitaminen ist für Veganer gilt B12, hat einen besonderen Stellenwert. Bei B12 ist eventuell Substituierung, also Nahrungsergänzungsmittel, gerade für Veganer hilfreich, vielleicht sogar notwendig. Vitamin D ist vielleicht auch manchmal überlegbar als Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere wenn du nicht tagsüber raus an die frische Luft kommst. Aber eigentlich wäre es klug, statt zu überlegen, wie du den Mangel an Sonnenlicht kompensieren kannst mit Vitamin D-Tabletten, wäre es überlegbar. Gehe auch im Winter tagsüber vielleicht eine halbe Stunde raus und dann hast du auch genügend Vitamin D. Aber Vitamin E brauchst du dir typischerweise als gesund lebender Veganer keine Gedanken zu machen.